Und los geht's Jetzt habe ich 18600 Die Ausdauer ein bisschen erhöht kann ja nicht schaden Ein bisschen mehr Entschuldigung Ein bisschen mehr Ausdauer zu haben Ist ja auch nicht ganz so schlecht So Hier laugt doch mal ne Axt oder nicht? Leute Guck Nee verkehrt Oder? Nee richtig Aber da komme ich gar nicht mehr hin Mist Ich brauche ne Axt Verdammte Axt Ich brauche ne Axt Toll Die lag eigentlich Weil ich eine abgelegt gehabt extra Aber die ist fatt Jo Entschuldigung Aber ich muss da nochmal gucken gehen Vielleicht komme ich hier hin Naja da ist alles zu lang Oder? Ich kann doch Ja ich brauche die Axt Wird alles los Ich will die Axt Ich war da auch noch eine Leute 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 Naja Egal komm 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 mal ab Ich komme nirgendwo mehr hin Ich habe gedacht ich könnte mal zurück Aber Ich habe gedacht ich könnte mal zurück Nick ist Muss ohne Axt funktionieren Ja Scheiße Hier lag es Aber es ist fott Vielleicht habe ich sie mit reingeladen Ach so ein Scheiß Ach so ein Scheiß Naja dann ist sie gerade Das ist ärgerlich Das ist sehr sehr ärgerlich Meine Axt Meine Axt Ach ich muss jetzt zurück Ach ich muss jetzt zurück Du bist sicher Wo ist Jetzt hast du meine Axt gesehen Ist sie auch hier Geht's ihr gut Geht's ihr gut Geht's ihr gut Ich brauche meine Axt Ich mach das auf Scheiße Ich brauche die Stahlfaust Bud Spencer Schelle Liegt jemand herum Natürlich nicht Ah Hör auf sich Hör auf Hör auf Achso Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hast du toll gemacht Leslie Ist voll der Held Für den hätte ich jetzt die Axt gebracht Für den Wächter Mit einen Hit wäre ich am Arsch gewesen Wir haben dich am Arsch Eine Mal Treffen Er sagt jetzt muss man überlegen weil die zu schnell ist das hätte mich beinahe gehabt Das war's für heute. Ich habe noch die Zeit irgendwo zum Basteln. Fuck. Egal. Oh. Schneller. Schneller. Oh. Oh. Okay. Wisch. Ich mag dich nicht. Du musst da rein, oder? Ach da. Alter Schwede. Alter Schwede. Nicht schlecht. Das war nicht schlecht. War man vielleicht dieses Ding nicht tot? Ne. Ich weiß nicht wohin. Ah. Oh. Okay, in die Richtung. Wo muss ich dann hin? Scheiße. Ich glaube ich gehe kaputt. Ich weiß momentan nicht wo ich hin muss. Hey. Muss ich den killen? Ich glaube den muss ich killen. Den muss ich kalt machen. den Bastard. Toll. Naja. Komm her. Ich hab doch... Ah. Verkehrt. Jo. Den muss ich kalt machen. Den Bastard. Ein paar Teile. Ja. Kann man immer gebrauchen. Ja. Ja. Wohin? 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 Ich glaube. Das ist. Das ist ein Arschloch. Da muss ich hin. Na. Hörn. Da muss ich hin. komm ist der schnell der ist schon da jetzt weiß ich nicht was ich machen soll den muss ich killen oh da liegt was hey alter Schwede nein den muss ich killen den bästern warte jetzt da war da noch mehr okay ich habe jetzt all die Ruhe die nehme ich mit muss ich hier her denn von dort bin ich gekommen ne oh da kann man die hole ich ach da ist noch einer da ist ja noch einer da ist ja noch einer wo muss ich hin jetzt hat der wichser fallen gelegt scheiß die wand an ich bin richtig da war noch einer zwischen am arsch gewesen mann 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 du bist aber nachtragend ich geh jetzt hier hoch ich hab keinen bock mal mit dir kannst du knicken dummer wichser du noch einer was war das dann jetzt komm mach ein blatt lass das ding runter genau und tschüss endlich der dort der war echt ich habe eine trophäe du hast was ist was ist in den safe habe ich bekommen die trophäe mit schlecht so kann ich das immer benutzen nein da bin ich her ich bin hier nachher ich weinte ich richtig bin alter falter aber ich hab ihn taktisch gut taktisch hab ich ein blatt gemacht ne ach hier ist vorhin der runtergelaufen ok hier ist die tür alles klar munition 0 sniper plant bolzen und